Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Auch wieder eine Frage, die ich sehr oft gestellt bekomme zum Thema Schlaf. Es gibt natürlich Menschen, die haben unterschiedliche Schlafbedürfnisse. Es gibt Menschen, die kommen mit 6 Stunden aus, mit 7 Stunden, mit 8 Stunden. Manche brauchen 9 Stunden in der Tat, aber so ein Mittelwert von zwischen 7 und 8 Stunden ist eigentlich optimal. Ich habe persönlich festgestellt, bei den meisten meiner Kunden, wie auch bei mir selbst, umso intensiver ich trainiere, umso härter ich trainiere, umso mehr Regeneration in Form von gesundem, tiefem Schlaf benötige ich. Somit ist es absolut von Vorteil, wenn ihr erstens mal natürlich regelmäßige Bettzeiten habt, wenn man zu ähnlichen Bettzeiten ins Bett geht. Das Vorteil ist es natürlich, wenn ihr gesund und tief schläft, das ist nicht immer der Fall, hängt davon ab, was man so kurz davor alles treibt, bevor man ins Bett geht. Dann ist natürlich klar, nachts der Schlaf ist natürlich wesentlich besser wie ein Tagsüberschlaf. Somit, klar, alle sogenannten Schichtarbeiter haben natürlich schon ein gewisses Problem in der Tiefschlafphase, beziehungsweise in den Schlafphasen, weil natürlich ein Tagesschlaf bedingt durch den Biorhythmus nicht ganz so wertvoll ist wie ein Nachtschlaf. Nochmal, Schlaf ist definitiv wichtig, natürlich auch für den Muskelaufbau ganz klar. Ausgeruht, ausgeschlafen ist natürlich der Körper wesentlich leistungsfähiger, als wenn er zu wenig Schlaf bekommt. Deswegen versucht sieben bis acht Stunden zu schlafen. Tiefen Schlaf, gesunden Schlaf, deswegen abends eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, eine Stunde vor der Bettruhe nichts mehr, was den Geist in Warnung bringt. Anstellen am besten was Einfaches, Musik hören, Fernsehen gucken, wenn es nicht zu anstrengend wird. Dann hat man natürlich auch eine gute Einschlafphase und in der Regel auch eine gute Tiefschlafphase. Wenn ihr nachts nicht ausreichend Schlaf bekommt, dann habt ihr nochmal die Möglichkeit, man kann das allein tagsüber zu schlafen und zwar so 15 bis 20 Minuten. In der Tat, das funktioniert. Man sollte nur nicht wesentlich länger schlafen mit 20 Minuten, danach fühlt man sich nämlich hundeelend. Aber so ein kurzer 15 bis 20 Minuten Schlaf, der muss auch nicht unbedingt so ein richtiger Schlaf sein, sondern dieses Entspannen hinlegen, abschalten, hilft euch definitiv weiter und bringt euch natürlich bei eurem Vorhaben, Muskeln aufzubauen, auch wieder ein Stückchen weiter. Auch wieder ein kleiner Parameter, den es gilt im Auge zu behalten. Das war's. Andreas Riembacher, Perlen-Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, dein gesunder Schlaf, meine Aufgabe.